Donnerstagvormittag in Berching. Thomas Büttel macht sich auf den Weg. Für ihn geht es zur Grundschule. Er ist dort aktuell Religionslehrer und unterrichtet Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse. Der 26-Jährige geht zu Fuß, denn das katholische Pfarramt liegt nur wenige Minuten entfernt. Büttel fühlt sich hier wohl in der Pfarrei Maria Himmelfahrt. Zwei Jahre lang hat er hier das Team rund um Stadtpfarrer Francesco Benigni unterstützt. Bald heißt es Abschied nehmen. In den kommenden Monaten wird er als Neupriester eine neue Stelle bekommen. Der Wunsch, Priester zu werden, stand bei ihm früh fest. Ich konnte in der ersten, zweiten Klasse das schon zum ersten Mal so sagen und das hat mich eigentlich dann seither durch alle Höhen und Tiefen durch begleitet und bin dann auch in der dritten Klasse Ministrant geworden und bin es dann auch bis zum Abitur geblieben. Und dann so am Ende der Schulzeit habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich hatte da auch ein paar Optionen. Ich hätte mir zum Beispiel auch vorstellen können, Chemie zu studieren und da habe ich dann gedacht, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, vielleicht war es das dann. Ich habe gedacht, ich wage mal den Sprung und seitdem bin ich im Priesterseminar gelandet und jetzt auch in der praktischen Zeit und kann wirklich sagen, dass ich es in keiner Weise bereut habe und wirklich froh bin, da wo ich gelandet bin. Fürs Theologiestudium ist Thomas Büttel, der aus Bischberg bei Bamberg stammt, nach Eichstätt gezogen und ins Priesterseminar eingetreten. Darauf folgt der sogenannte Pastoralkurs in einer bestimmten Pfarrei. Büttel hat ihn in Berching absolviert. Im Laufe der Zeit hat er die Diakonenweihe empfangen, nach einem weiteren Jahr folgt nun die Priesterweihe. In Berching unterrichtet der 26-jährige Priesteramtsanwärter zum Beispiel an der Grundschule Religion. Im Stuhlkreis lässt Büttel die Buben und Mädchen überlegen und diskutieren. Seine Mentorin Barbara Wittmann ist bei jeder Unterrichtseinheit dabei. Unterrichten. Für Büttel zu Beginn ein Sprung ins richtig kalte Wasser. Es ist der Entwicklungssprung einfach, wenn man sieht am Anfang, da stehen ganz verunsicherte junge Männer in dem Fall da, vor einer Klasse, die vielleicht mal ein Praktikum gehabt haben, aber allein vom Alter her der Unterschied noch nicht so groß ist und die einfach in die Rolle reinschlüpfen müssen und sich da finden müssen. Und der Herr Büttel hat sich gut entwickelt und von dem her war das ein schöner Prozess zu beobachten. Die Tätigkeiten als Priester sind vielseitig. Gut, dass Büttel einen Ansprechpartner hat, an den er sich nahezu täglich wenden kann. Denn er lebt während seiner Zeit in Berching im Pfarrhaus, in dem auch Stadtpfarrer Benigni seine Wohnung hat. Für den ist die Mitarbeit des Kollegen eine Bereicherung. Ich habe am Anfang festgestellt, dass er seine ersten Schritte geht und dabei Stück für Stück den Schülern versucht, die Inhalte zu vermitteln. Mittlerweile habe ich gemerkt, er brennt für seine Schüler. Also wo ich merke, dass es nicht nur ein Inhalt, der weitergeben wird, sondern er hat sich jetzt eine Leidenschaft entwickelt, wirklich das hinzugeben. Bei seiner ersten Prägung habe ich mir gedacht, okay, das hört sich alles gut und logisch und klar an. Jetzt mittlerweile kauft man ihm das ab, was er sagt. Also ich freue mich einfach zu sehen, wie sich dieser junge Mann entwickelt und immer klarer, selbstbewusster auch wird und da immer besser aufteilt. Das gemeinsame Gebet gehört für die beiden Theologen natürlich dazu. Aber viele weitere, ganz unterschiedliche Aufgabenfelder gestalten den Tag eines Priesters und seiner Mitarbeiter. So hat Benigni seinen Praktikanten anfangs einfach überall mit hingenommen. Nach und nach hat Büttel eigene Aufgaben übernommen. Was wir halt hier in Berching dann auch eigentlich fast kontinuierlich angeboten haben, waren Glaubenskurse für Erwachsene. Und da hatte ich dann auch die Gelegenheit, Impulse zu geben, Sachen vorzustellen und da auch meine Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke auch mal, so diese Glaubensweitergabe ist schon etwas, für das ich definitiv brenne und wo ich auch sage, da konnte ich jetzt gute Erfahrungen sammeln. Die Arbeit als Priester in einer aktiven Gemeinde ist intensiv, als Priester in Ausbildung sowieso. So viel Neues, so viele Premieren, da ist Ausgleich wichtig. Seit seiner frühesten Kindheit hat Thomas Büttel da ein ganz besonderes Hobby für sich entdeckt. Was mir einfach auch hilft, ist es halt etwas, wo ich rauskomme in die Natur, wo ich was komplett anderes mache, wo ich wirklich zur Ruhe komme, mich mal für eine längere Zeit wirklich nur auf eine Sache konzentriere und nicht auf viele verschiedene gleichzeitig. Und ja, ich finde es auch einfach spannend, dass man da, ich sag mal, mehr genauer hinsehen muss, dass es aber auch eine große Vielfalt zu entdecken gibt und dass es eigentlich an fast jedem Ort in der Welt draußen möglich ist. Genau hinsehen, das darf Büttel auch bei seiner Arbeit als Seelsorger. Zum Beispiel, wenn er die Krankenkommunion spendet. Er besucht Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Messe kommen können, feiert mit ihnen einen kleinen Gottesdienst, gibt ihnen Menschen mit Gesprächen halt, ist für sie da. All diese Tätigkeiten zu erfüllen Thomas Büttel schon jetzt als Diakon. Die Freude über die baldige Priesterweihe steigt nun aber mit jedem Tag. Ich freue mich natürlich auch erstmal, auch manche Sachen wirklich selbstständiger machen zu können. Dann auch wirklich einige Dienste, wie zum Beispiel jetzt die Messfeier, auch wirklich übernehmen zu können. Das ist ja auch mit eins, ich sag mal, der Hauptziel auch. Sich in den Dienst Gottes zu stellen, an diesem Wunsch hat Thomas Büttel auf dem ganzen Weg zum Priester tatsächlich nie ernsthaft gezweifelt.